LOL Ja, das hat natürlich nicht funktioniert Aber da ist er auch so ein bisschen nach rüber gekommen, wenn da links die Kugeln waren Also irgendwie klappt das Da kennst du nicht Bacon Oh, Bacon ist doch hier irgendwie King Mit der Bacon Queen und so Wobei, Katrin war ja noch nicht bei mir im Stream Wobei auch da die Wahrscheinlichkeit noch besteht, dass das irgendwann mal passiert Schwierigstens bei der Community-Dadelei Die am Freitag ja wieder ist Auf dem Community-Channel der Pixel Heroes Also da auch gerne mal reingucken Ehrlich 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 So Ich kann's ja mal nochmal machen hier Naja Irgendwie kann ich das nicht so gut Ehrlich 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 Mit Ehrlich 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 Weil man sieht ja im Prinzip schon, dass man da rechts ausweichen kann. Ha! Ich hab's geschafft! Na, also hier, wenn ich hier bin, kommt der Stein ja spätestens hier schon runter, dann kann ich aber, also hier so, kann ich eigentlich schon durchfliegen, äh, springen. Ha! Na ja, jetzt hab ich ja noch den Retry-Point, weil ich's ja diesmal geschafft habe, dem TNT zu überstehen. Dimm-dimm-dimm-dö-dimm. Ey, warum springt der da hoch? Soll der doch gar nicht. Mann! Ey, und das sollst du auch nicht, da ich das mal runterspringen. Das hat dir keiner erlaubt! Mist! Das probiert auch nur einmal im Leben, ne? Hallo, Glücksschwein! Anna! Mensch! Mensch! Ja! Okay! Ja! Ja! Mann! Scheiße! Mann! 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 Das war's für heute. Weißt du, was ein bisschen blöd ist? Dass wir hier gerade so ein Schwein spielen. Oh, tot. Und Anna gerade da ist. Also das hier ist übrigens das Gegenteil von Anna. Denn in diesem Falle, das ist nämlich das Pechsschwein. Das hat überhaupt kein Glück. Ah, gut. WTF? Okay, so geht's auch. Boah. Nächstes Level. Das muss ich, glaube ich, wieder stillen. Was? 85 Äpfel? Das müssen wir mich veräppeln. Das sind doch hundertprozentig keine 85 Äpfel. Wo geht denn das hier noch weiter? Hä? Hä? Gibt's ja nicht mal einen Hebel oder irgendwas? Was verpeilt? Was? Ja, es ist ja nicht mal ein bisschen. Hm. Das macht doch gar keinen Sinn. Level 3, 5. Jetzt muss ich nochmal googeln. Nochmal nachgucken. Squishy Level 3, 5. Jetzt ist es auch das Level. Was muss ich hier machen? 37 Sekunden, äh, 27 Sekunden geht nur das Video. Äh, was? Moment, nochmal. Das macht für mich jetzt gerade gar keinen Sinn. Lol. Soviel zum Thema 85 Apple. Also manchmal muss man sich echt durch diese Level cheaten, weil man gar nicht an das... Oh. Weiß, was man sonst macht. Oder machen muss. Okay. Um, um, Hier so ein Level, wo ich keine Ahnung hab. Gut, hier von der Seite, ist mir schon klar. Hier irgendwie so hoch. Moment Vielleicht muss die Kiste da ja weg Was aber keinen Sinn macht, glaube ich Nee So rein gar nicht Für mich macht das gerade alles überhaupt keinen Sinn mehr Ich glaube ich höre hier gleich auf, weil ich bin gerade komplett fertig mit der Welt Das liegt aber an diesen Leveln auch Die sind manchmal so ein bisschen unübersichtlich Da weiß man gar nicht, was man genau machen muss Hä? 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 Oder? Macht ja auch keinen Sinn eigentlich, aber ist der einzige Sterbepunkt sonst. Der mir jetzt gerade so einfällt. Ha, ich muss das TNT ja hinten wahrscheinlich erst wegschieben. Oh. Fail. Ich denke mal, dass ich das hier hinschieben muss. Die Kiste hier runter. Dann fliegt die da hinten hin. Ne, Moment. Die Kiste vielleicht so. Die Kiste darüber. Die vielleicht noch so hin. Ja, Robin? Und dann vielleicht irgendwie... Okay, der Versuch war eine Möglichkeit, aber nein. Ich hab nicht auf den Chat geachtet. Tut mir leid, ich war gerade ein bisschen... ...konzentriert. Aber was gibt's, Robin? Robin? Jetzt fragt Robin nix. Ich glaube, er mag mich nicht mehr. Was soll? Hallo! Moment. Wenn ich jetzt das da mache? Das bringt mir gar nichts. Da hänge ich gerade nämlich fest. Nein, natürlich nicht. Wie immer. Jetzt habe ich das Nitro gar nicht rüber geschoben. Das muss ja erst ins Loch, glaube ich. Dann muss ich hier zurück. Dann muss ich hier hoch. Noch 16 Minuten. Ja. Als wenn ich das hier immer auf die Zeit genau achte. Das habe ich noch nie. Das werde ich auch nie. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch ein bisschen mehr rüber schieben muss. Nee, noch mehr rüber schieben. Ist ja eigentlich nur noch mehr Behinderung. Ach, was? Ich hätte einfach... Ich kann einfach den Hebel nehmen. Läuft. Ja, ich weiß. Denn sind die zwei Stunden voll. Ich weiß nicht. Ich muss das nicht sehen. Also geht's für. Okay. Naja toll Nee Irgendwie verstehe ich den ganzen Sinn Gerade noch nicht so Was ist eigentlich wenn ich den hier Zuerst drücke und dann den da hinten Okay dann macht es trotzdem das Bis zum nächsten Mal ich weiß gar nicht was ich hier machen gerade weißt du was da kriege ich auch noch mal nach squishy 36 49 sekunden geht das video wtf also zuerst muss ich das nitro rechts in das loch schieben das habe ich ja schon gemacht ich kann von der seite da hoch ist ja im prinzip auch egal wie ich da hochkomme ach dann muss ich das ding erst er muss jetzt die große kiste rüber dann muss ich die große kiste da hoch hüpfen lassen dann muss ich die kiste von oben nach unten klatschen dann muss die kiste rüber auf das nitro und dann muss ich doch kann ich nach da und da kann ich mich umbringen okay das ist interessant das muss ich jetzt ist ja ganz anders als ich dachte also zuerst das nitro ins loch wenn das die kiste nach unten dann die kiste nach da oben hüpfen lassen ist ganz anders als ich das gemacht habe dann die kiste nach unten und nach drüben dann die kiste darüber hüpfen lassen und dann umbringen dann habe ich sogar alle äpfel ich gucke mir wenigstens das level noch an okay da lande ich wieder da doch das sind das natürlich sind das äpfel das sind keine bananen das sind äpfel ich gucke da jammy 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 steht übrigens wenn man die einsammelt steht jammy dran lol egal ich höre jetzt aber an der stelle hier auf ich mache beim nächsten mal hier weiter verabschiede mich schon mal auf youtube wir sehen uns denn das nächste mal wieder bis dahin und wie sieht die App für bitteschön in Berlin aus genau so tsch 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 tsch